Wir sind im Werkstattrat und wir wünschen euch alle frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr und bleibt schön gesund. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich ist Corona irgendwann vorbei und ich wünsche euch alle gute Laune. Ich wünsche euch auch ein gutes neues Jahr und dass wir am 3. Januar schön gesund und munter wieder auf der Arbeit aufschlagen. Alle beisamt. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ein gutes Weihnachtsfest und bleibt alle gesund. Auch ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Jahr wieder gesund sehen werden. Ja, ich wünsche euch alle eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes Rutsch ins neue Jahr und gute Gesundheit euch allen, die krank sind. Ja, ich wünsche euch auch und alles da. Alles wünsche ich euch, alle von euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und frohe Weihnachten und frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.